Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ich wollte sogar sagen, passt auf. Ich schwöre, ich hab daran gedacht, aber ich hab extra nicht gesagt. Ich wollte da auch hingucken. Ich hab gesehen, die beiden guckt. Ich wollte sagen, wenn ich beide bin. Ich dachte mir, nee, ich lauf einfach weiter. Ich dachte auch, Hamza wäre weitergelaufen. Ich guck's, ich krieg immer nur noch Kopfschmerzen. Ey, über dem Fenster. Dicker, ist nicht dein Ernst. Guck mal, was passiert ist. Dicker. Ich war einfach zweit im Kuss. Mann, das fand ich mit Absicht.